Dachl, das ist ja ein schönes Lied. Wie ist denn der Rhythmus davon? Schatz, lies es bitte vor, damit Simon auch weiß, um was für ein Lied es sich handelt. Ich habe ja gesagt, Schatz soll vorlesen. Es war schon ganz gut, dass er dann Simon das Tablet gegeben hat. Haben die keinen Jungler? Homo Dance. Irgendwie nicht, ne? Die haben wirklich keinen Jungler. Oh, das hat irgendjemand den Knall vergessen. Das kenn ich sogar. Wer wäre denn eigentlich der Jungler? Amomo, wobei der ist top. Amomo ist wahrscheinlich top. Lux ist Support. Amomo ist top. Nein, Karma ist Support. Was ist Lux dann, in der Mitte? Ja. Amomo ist dein, Darius ist top. Ja, und Amomo ist auch top. Ja, double top, genau. Der hat keinen Smiley. Wir haben keinen Smiley. Ja, vergessen, passiert uns doch auch. Ist dir auch schon mal passiert, glaube ich, oder? Ne? Ne, ne. Echt auch. Euch, passiert euch doch mal. Ja, oder Darius geht in den Jungle und überholt ohne Item. Also. Ja. Weil du kannst ja dann auch die Maräte nicht kaufen. Oh, der Sub macht nichts. Ja. Eben, genau das ist es ja. Und die Karma hat Darius falsch geschrieben. Ja, stimmt, stimmt. Darius. Ja, und Darius hat Karma mal ganz falsch beschrieben. Ich bin der Haiden Gravel. Ich bin der Haiden Gravel. Und damit willkommen bei einer weiteren Folge, mit den Mädels. Ich bin der Haiden Gravel. Nein. Feierbar? Nein. Ziefchen? Marmelin. Marmelin? Äh, Marmelin? Schockwave? Ich bin auch da. Ich fang da an. Ne, ne. Oh krass, welche Hauslautmützer. Hat doch nicht gesagt. Oh Gott. Die Welt? Ne, ne. Wir wollten ernsthaft spielen. Ach so. Ja toll, und ich spiel Jacks. Ach, das will ich schon werden? Ja, ja klar. Da hab ich voll das Vertrauen noch nicht. Schatz, Osmaner, viel? Ja. Ne, ne. Ich brauche mehr. Guck mal, ich kann mal ein Ding schwingen. Dein Ding schwingen? So am Kreis, ne? Ja. Kann ich nicht kreisen lassen. Guck mal, das ist Jacks Helikopter. Genau, das ist Jacks Helikopter. Du könnt auch so lachen, ne? Guck mal, ich kann den auch polieren. Guck mal, ich könnte ihm ne Aufwege geben. Das stimmt. Ja, super. Guck mal, du musst dich vorbestellen. Ich geb dir so eine Klatsche. Tick, 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 tick. Das hier ist super. Super. Das kriegt aber auch keiner mit. Ja doch. Aber... Ja, warum stehst du denn da, wenn da jetzt ein Wort ist von denen? Oh, da war ich da hier oben. Oder muss ich mein Red secure. Das ist so wie zumindest, ja. Ich mache das alles sicher. Dann muss ich stellen dir ein Wort dahin, notfalls. Boah, das Haus. Ach, wo muss ich rum? Das ist gut. Und noch ein anderer. Achtung! Ne, ja, alles gut, alles gut. Ich muss aber nicht wissen, was sie getan haben. What? Äh, da standst du jetzt doof. Äh, Erik, dein bleibt weg. Ne, ja, dafür sagte ich halt nichts. Soll ich zukommen, machen wir eine Aufklassung? Das wäre vielleicht ganz gut. Ne, der red macht dich schon. Achtung, da ist noch mal hoch. Darius, Erik, ich hab hier oben. Ja, da könnt ihr ja noch in der Mitte helfen. Das ist hier oben total creepy. Deswegen, da sollt ihr in der Mitte helfen. Ja, aber ich hab auch leichte Probleme gerade am Anfang. Also, was machst du da, warum? Der red ist ja aber auch keine Ahnung. Äh, was sollte ich da jetzt hingehen? Wie man ist alleine? Ne, weil hier oben die beiden hüben gerade am Reds. Achso, ich dachte, ich soll hier irgendwas beim Reds? Ne, sekuren sollst du kurz dann entsprechen. Aber alles gut, alles gut. Schönes Ding. Ja, beide gerade am Reds sind. Ich glaube nicht, beide abwehren. Weil die Lux ist halt auch ein bisschen aggressiv. Alter, oben, Double. Das ist komisch. Also, wenn man so zu sagen. So zu sagen könnte man sagen, das ist komisch. Ich hab auch nicht verstanden, was der da jetzt wollte. Das ist schon mal super. Ja, ich bin so am abkacken gegen die gerade. Ja. Hast du noch viel? Ach Gott. Die hat nicht gestunnt. Ja, die hat volles Leben. Aber kaum Mahner. Nur kein Mahner, ja. Oh Gott, LOL. Ach, willst du dich auch noch töten lassen von ihr? Ja. Ich hab nicht gedacht, dass die so schnell wieder Mahner hat. Weil die hat grad gar keins gehabt. Und die hat noch Ignite abgehabt. Damit konnte ich ja nicht rechnen. Ich hab den ersten Level Up gehabt in dem Moment. Könnte sogar möglich sein. Ist wahrscheinlich einer. Ganz ehrlich, eigentlich musst du jetzt als Jungler bei Dingens, bei Simon sitzen. Also ich kann's nicht halten. Weil die reinen Towershots passieren ohne Ende. Ich kann die Mitte jetzt ja nicht alleine laufen. LOL. Ich geh jetzt wieder los. Ist das jetzt wirklich so, dass die keinen Jungler haben? Ja. Nein, die sind beide oben. Das heißt, ich kann dann entsprechend auch dann den... ... die den Bundeskleeters geben. Okay, dann hat Daniel aus der Felshaus. Ja, das ist auch schon kratiert, ein Penner. Äh, was war das jetzt? Kann ich euch reizen? Äh, Lux ist weg. Lux ist weg. Oh Gott, ich komm wieder an. Nein. Oh, nee, da ist sie wieder. Schaffst's? Ansonsten komm ich hier hoch. Ja. LOL. Geil. Die Plays. Die Plays. LOL. Ich hab kein Hitmer gelandet. Amumu kommt ran, versucht ihn unter dem Tower zu dive und er flasht unter dem Tower auf die Rückseite des Towers und Amumu stirbt einfach nur. Doof, dass er nur gestorben ist, aber ansonsten... Oh Gott. Und Togi Bersh? Nein, leider noch nicht. Kannst du versuchen einmal die Pionetower? Also bis sie mir jetzt kurz einmal klären, Männer. Lass dich töten, ne? Vorsicht. Ich versteh mich, was du meinst. Weil das sieht schon ein bisschen knapp aus, nur dein Leben und so. Soll ich jetzt Turm-Safe? Ja, gerne, gerne. Also ich bin auch unterwegs. Bei den Grunde, das sagst du, ich soll mich nicht töten, das soll mit dem Leben so ich jetzt sagen. Guck mal, das ist für mich. Guck mal, das ist für mich. Das ist böse. Hm. Hm. Der hat seinen komischen Kopf mal getroffen, so ein bisschen. Oh Gott. Ich komm noch zu. Hallo. Lol. Äh, Lux, geht zu euch, kommt zu euch dazu. Hä? Alter, hat der immer ein Schwein, dass die Ringe genau in dem Moment immer ablaufen, wenn ich hin will. Das ist nur rot, ne, jetzt nicht. Ne, ich hab nichts mehr. Aber wie, wie schlecht der da ist das gerade war? Der hätt mich machen können. Der hätt einfach nur Angst gehabt, weil dann zwei da waren. Ja, klar, aber der hätt ja auch was geklärt. Ja, der hätt mich aber trotzdem locker machen können. Das war ja... Ja, an ihm hat mich viel gefehlt. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, oder so. Ne. Wer mich, wer mich nicht töten will, der kann ja nur lieb zu mir sein. Wenn unser Blue wieder da ist, dann mach ich unseren. Ähm, dann komm ich in der Mitte kurz helfen und dann machen wir den gegnerischen Blue für dich, ja? Hm. Lux ist wieder weg. Na, da ist sie wieder. Ich kann grad noch nicht viel gegen sie machen. Hm. Also wenn du zu uns kommen willst, kommen die nicht über den River. Okay. Also bei denen über Tribostand oder was? Wäre ne Idee, aber unser... Ich weiß jetzt nicht, ob die Roboter ist, aber der River ist komplett zugepinnt. Ich seh Lux schon wieder nicht. Nicht, dass sie irgendwie zum Recht... Ich seh Karma hier momentan. Sagen, Karma fehlt. Okay. Ich will grad sagen, wer ist der ein Jungler, aber... Bruno eigentlich. Wieso ist der wieder weg oben? Oben findet er komplett weg. Ja, dann könnte der sich nur Farben versuchen zu holen, um dann jetzt junglen zu gehen. Dann bist du jetzt wirklich unterwegs. Ja. Na what? Ich wurde... Ja, ich hab einen. Oder... Na, dann lieber... Ich muss zurück. Och, guck mal, wie viel Schaden du gefressen hast. Oh, nochmal? Heißt, wir kriegen kein Gegenbeginn. Ah! Und BAM! Oh... Oh... Das hat mir jetzt aber weh. Oh... Karma fehlt immer noch. Da ist sie wieder. Ne, weißte. Lux seh ich wieder nicht, wenn da ein Speck ist. Ach, schade. Das ist noch der letzte. Hm... Aber immer. Soll ich zu dir hochkommen? Ne, aufs gut. Oder wenn du... Wenn du... Wenn du... Ist dann gut. Oh. Na schon, okay. Lux ist hier. Oh. Ich kann per Teleporter zukommen, wenn du brauchst. Sag bloß Bescheid dann, oder? Was hat... Was war das denn? Für... Oh, scheiße. Das war... Das fand ich doof. Aber so schnell konnte ich jetzt auch nicht wissen, dass Lux da ist. Ich hab gepinkt und gesagt, dass sie nicht da ist. Ja, und ich hab keinen Sound im Spiel. Deswegen sag ich es ja nochmal, ähm, sprachlich. Weil das Pingen könnte man also hören. Sind immer noch zu dritt hier unten. Okay. Ja, also im Jungle bei denen ist auf jeden Fall irgendjemand unterwegs. Aber was war das für ne Fähigkeit von der? Die da auf einmal so quer durch die halbe Map hier gegangen ist. Der Ulti? Nein, das davor! Das ging geradeaus und einen noch nach oben hin. Loll, Amuno ist geflasht. Weil er nicht im Jungle klarkam und die Wölfe ihn sonst gemacht hätten. Naja, ohne Smite ist natürlich doof. Kannst du sie irgendwie, äh, beten, weil dann würde ich nämlich herankommen? Der Cooldown. Benji! 3, 2, 1... Was, 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 was? Ja, ich hatte... Komm, hier einfach nicht. Benji! Schön, dass du da bist. Dich haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Hi! Ich komm jetzt ran, ich komm jetzt ran. Und wieder da rüber geworden. Wieso? Wie lang braucht diese Ulti denn? Die braucht... Die braucht halt ein bisschen... Wies. Wenn die Leute stehen bleiben, damit die Ulti funktioniert, glaube ich. Nein, du musst die vor ihr schmeißen. Damit sie da durchläuft und dann zurückgezogen wird. Ach, wenn sie nur da einschießt, okay. Tower fällt um, oder? Leider oben sind. Ja, ich komm leider nicht... Kommst du... Ja, der Wort ist gerade dann auch weg. Ja, ich komm. Komm mal her, Lady. Wenn sie oben jetzt wirklich noch versuchen zu drücken, aber die sind oben scheinbar weg. Ja. Boah, das war knapp. Nice. Aber sie ist... Ja, ich hätte auch noch auf sie gehen können, aber das war mir zu viel. Ja, das Problem, ich hätte Cooldown auf der Latüchte. Ach, an die hab ich gar nicht gedacht. Mitte fehlt, oder... Also, okay. Mitte ist da. Kann man sich verkrommen. Du Robert, das... Ich hab verstanden, was du meintest. Ich hab ja auch wieder gelegentlich bis im vierstelligen Bereich. Da ist die Frage, wo man das liegt. Keine Ahnung, das ist momentan irgendwie scheinbar jeden Abend. Meine Mutter ist das nicht, die Pet. Das ist so heimlich, dass sie sich selber nicht mitkriegt. Ja, genau, das weiß ich ja. Äh, nein. Nee. Meine Mutter hat keine Ahnung vom PC. Nee, weil nicht... Amomo ist in der Mitte? Genau, ich auf dem Laptop. Nee. Da ist ein Wort drin. Also, der Laptop und die Qualität des Laptops hat nichts damit zu tun, ob du einfach nur ein Video mit hoch-erotischem Inhalt angucken kannst. Was? Wie soll ich denn damit zu spielen? Also, der Amomo ist jetzt nicht... Wer ist denn Darius? Ein Jungle Boy? Ja, meiner Frau. Ja, aber unbedingt Blue. Der Laptop ist keine Frau. Glück ist es wieder da. Ich muss zurück, ich hab keinen Ahnung. Der Laptop ist eindeutig männlich und selbst damit ist er mit einer noch nicht. Oh, willst du sie töten? Dann hab ich Ruhe vor mir. Könnt ihr vielleicht helfen beim Drake? Die sind alle weg. Kann man gerne versuchen, aber... Die Mitte ist weg. Die Mitte sind drei Leute. Oh, die kommen jetzt... Sehr gut. Die kommen alle runter. Wollen wir jetzt abhauen? Abhauen. Ja, unten ist noch ein bisschen unten geblieben. Schatz, du hast dein Bruder? Mach den bitte von der Klausel. Da, dann mach ich sofort. Gott! Nein, sieh noch ein Lauf! Gott! Ich komm weg, bin unter Tauern. Sehr gut. Sebastian, wirst du schon mal einkaufen? Ja. Ich war doch schon mal tot. Okay. Okay, stimmt. Darf ich einkaufen? Reichtest du etwa? Ja, also mit 2100 Gold. Über diese Ausrede. Äh... Sehr gut. Wär gut. Ich bin jetzt einfach ein bisschen defensiv. Ach... Weil das irgendwie ein bisschen doof ist. Weil, äh... Darin, müsstest du das hin? Äh... Weil mich. Ne, ich meinte nur so doof wegen, äh... Dem Triss. Weil wir haben ja eigentlich, äh... Also ich hab ja... Sehr hohen Vorsprung gegen ihn bei ihm. Erik, oben ist ja große Welle, wenn du brauchst, ne? Ja, muss ich nur gucken, ob ich das... Wenn du da rankommst. Ja, ich würde sagen... Kommt drauf an, äh... Ob die Minions mich vielleicht machen. Oh, wir sind... Wir sind zu dritt hier. Ja, wir sind zu drei, ja. Wir bräuchten, glaub ich, Hilfe. Ich bin einer gegen zwei, also... Kommt, also ich könnte schon. Der ist raus. Alles klar. Wir sind beide Art of Mana. Hm. Alle müssen... Ach, steht ja. Wo sind die hingegangen? Nicht drauf. Ähm, es sind alle aus der Mitte weg, also könnten unten oder oben sein. Wir haben nicht gesehen, woran... Ich würd sagen, ich bin ja noch für mich zurück. Da sind sie. Da sind sie. Siehste? Ja. Ja. Vorsicht, ich geh hier rüber zum Warden. Weil da reichen nämlich zwei Tower Shots und dann kann ich einmal schießen. Dann hab ich den. So krieg ich den dann nicht. Tower müssen anhalten. Können wir den schon mal da liegen. Kann ich hinkriegen? Das sind die Tower. Auch. Oh Gott, nicht so nah! Siebten Leid ist raus, lol. Von wem? Äh, ihr knallt war auf dir gerade. Von mir? Oh, da oben. Oh, da oben. Leider gerade. Teilweise nicht so einfach. Da kommt noch weg. Nein! Erik, kommst du nicht hier noch an? Ich bin... Ich bin mir nicht sicher. Amomo ist aber auch scheiße. Und noch mehr. Nein! Was geht ab in der Mitte? Wo kommen die alle her? LOL! Der hat 60 Leben! Mies! Ihr Minion! Jetzt bräuchte ich mal ne Luxe in der Mitte. Ja! Hast du doch! So nicht in unserem Team! Ja! Eine Luxe auf unserer Seite! Ne, ne! Ne, ne! Wär zu einfach! Drake ist in zwei Minuten dreißig. Ich muss wieder im Jungle mehr machen. Au! Au! Auf Top ist nichts mehr los. Ja, keine Ahnung. Da noch fehlt. Ich bin jetzt gerade mit hier ein bisschen lang unterwegs. Ja. Kann vielleicht ein Ton gleich eindrücken. Ach ja. Er hatte Ignite. Ich hab... Heel. Genau. Dachel? Naja. Das Problem ist, er kommt voll ins Spiel. Weil wir keinen Druck hier überhaupt machen können. Ustana ist eine Sie. Mensch. Das ist mir egal. Er der Spieler. Ja, das wissen wir ja auch nicht. Also... Also... Oh nice, nice. Der Kappel gibt's doch noch. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass es denn Untergang sein. Verdammter Axt. Missverdammter Unterturm, ey. Vielleicht komm ich noch was von hinten noch ein bisschen rein. Ja. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Du hast weggeportet. Und nun ist weg. Ich lass' sagen, du bist alleine. Ich kann nicht tauern, damit wir, glaub ich, jeden pressen. Ja. Mach mal. Pass auf. Glückwunsch fertig. Ja, du, die waren ja beide low-life. Komm, komm. Komm. Oh Gott. Zurück, zurück, zurück. Oh Gott. Ganz fix. Ganz fix zurück. Unterwegs. Ja, wir schaffen. Ach, das war's. Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Ja, ich bin weggegangen. Okay, ich kann nicht nur... ...dopplell, wo stehst du jetzt. Okay, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und kommt jetzt an die Luxung zu rein. Und nicht in der Garten zu. Da hast du. Na, egal. Das war's, du ist auch cool, da. Auch irgendwo noch wert. Wert! Wert! Ich komm in der Mitte, Amumu ist auf dem Weg. Nächste Mal, ich toppen mir ein bisschen mehr hoch, ne? Oh Gott. Nee, nee, Amumu kommt gleich entsprechend in der Mitte, deswegen wärst du jetzt blöd hochzugehen. Ich gehe mal. Mit meinen 20 Leben. Gut umkämpft. Ich komm sofort in der Mitte, ich will irgendwie... Ja. Wie denn? Ich war außer 30? Ja, mit 10, was außer 30 ist, keine Ahnung. Äppeln kann ich mich selbst. Drake ist ab? Attacke! Ja, wir müssen aber auch in der Tower jetzt. Dann kriegen sie. Das ist ein Triss. Ein bisschen zu dorf. Den Backlaren? Oder Dr. Reden Rechen? Erstmal unten drücken, ein bisschen damit wir... Ein bisschen mehr Security haben. Ab zum Drag, ab zum Drag, ab zum Drag. Jetzt kannst du ein bisschen meine Lasted-Counter ausdrechnen. Ich weiß nicht. Aber da komm ich nicht hin. Ein Wort ist kaputt. Desmited. Das verknacht. Hat ich jetzt eigentlich auch mit gerechnet, dass du smited ab hast, wenn wir da rein gehen? Nö, nö, das habe ich nicht immer. Niemand? Ja. Ja, du brauchst. Da ist David übrigens. Achso, Rondarien. Ist der Tower noch da? Ja, er ist noch da. Erik, brauchst du einen Stat? Ja, ich brauchst den Stat. Nicht mehr viel, aber... Danke dir. Ja, und Triss kann farmen, das ist das Problem. Wimmst du? Ich muss nach oben. Ja, geh. Sonst haut die mich noch raus. Mach ich hier nichts mehr. Triss ist unten weg, also passt auf. Nicht, dass die jetzt gleich auch in der Mitte bei der Auto. Da ist sie. Vorsicht, da ist Amomo. Ja, aber Amomo, wie viel Leben hatte der denn? Das war doch nicht. Der Halve, Halve. Da. Ja, da. Das aber hier. Dings ist hier, das ist viel schlimmer. Ander? Ander. Ja. Noll. Ich wollte mal einen schippen, aber wie hat die das abgehoben? Du bist stehen und blieb einfach. Also laut Animation. Oh Gott. Oh Gott. So könnt ihr, glaube ich, nicht halten. Sag niemals nie. Sehr gut. Jetzt läuft zum Turm, zum Turm. Nicht zu dem. Ich werde auch zu dem laufen. Der andere Turm. Der andere Turm. Die andere Richtung. Komm her, komm her, komm her. Jetzt ein Kater. Okay, wieder rein, wieder rein. Jetzt ein Kater, das wäre geil. Ja, ich werde wieder rein kommen. Ohne Rücksicht, Aufwand, Luster. Sprinten, An und Go. Klar. Willst du rein, dann tank ich so lange für dich. Ja, ich tank nur so lange für dich. Und nicht zu knapp. Ich habe so lange getankt, wie notwendig. Berenal? Ja, stimmt. Irgendwann. Nee, alter, wir haben 20 Minuten. Für den Blue. Schau mal Stats an, also so gut sind wir jetzt auch nicht. Ich glaube, der Gegner Blue da ist. Ja, die sind alle nicht tot. Ja, da ist die Triss schon. Also kann ich nicht... Was, bei der Blue? Ja. Also Stacks sind voll Krabbe und so, was ist jetzt Free Property, wenn er braucht? Okay, ich habe hier Minions. Nee, Blue ist nicht da, für der. Ja, ich habe hier eine Lux. Triss ist hinter dir, Rick. Lass mal draufgehen. Okay. Ich guck mal. Hier wurde gewordert. Ja. Oh Gott. Lol. Oh, schöne Rönti. Das war Bates of Doom. So, jetzt gehe ich auf Tanki. Tja, das ist ganz viele Minuten. Und die Dottie ist Darius. Nein. Der ist da allein. Ja, mein Gott. Ja, gut, aber... Sebastian? Okay, sorry. Ich bin gerade, äh, unten. Ja, ich sehe das. Ich bin tot. Ich kann nicht viel machen. Ich hör mir mal, wie gesagt, oben ist, äh... Oben ist Farmen. Ach, ich bin... Ja. Hä? Ich bin nicht... Oh, ist das eine Kackkröte. Wann? Ähm, du kannst leider keine Links posten. Das müsstest du ihm schon per Message schicken. Weil der Nightbot mag keine Links. Genau. Oh, scheiße. Das tut mir jetzt weh. Das tut mir weh. Ja. Wie spitze davon auch gesehen. Das ging voll von hinten durchs Auge. Aber interessant, wie lang der Stun jetzt neulich ist von der... Ich kam, äh, gar nicht weg. Was ist aus dem? Hm. Ich kenn's mich da. Ich bin doch vorsichtig. Woran merkt man, dass Simon gerade lügt? Simon sagte übrigens gerade für die, die es nicht verstanden haben. Wobei Nick hier sagte, so Vorsicht, Simon. Bin ich auch immer. Kennst mich doch. 30 Sekunden an der Strak-Up. Also entweder wir müssten jetzt irgendwie ein Teamfight... Ja. Ich bin unterwegs. Das. Willst du das dann du machen? Nee, du kannst du das machen. Ich kann nicht, der Bonsi auch. Vorsicht, ähm. Kann ich da auch schon wieder hin? Ja, mach ich. Ich hab eh keine. Mach, mach, mach. Amumu ist auch noch jener näher. Ich kreis mich da dran. Ich brauchst ja einen, der Zorn. So. Also wie gesagt, links kannst du... Vielleicht in 10 Sekunden. Genau. Links kannst du gerne posten, aber geht nur per Whisper. Ich hab jetzt extra ein Wort zumindest dahinter gestellt. Ja, weil das sind halt einfach... Da sind sie alle. Können wir lieber auf den Weg noch so ein bisschen dann zu unserem Angriff... Ja, aber was soll Amumu tun? Soll er, wenn die Drachen tanken, dann soll er da ein bisschen Schaden kriegen. Nein, nein, nein. Der Drag ist unsers. Was? Wacht' sagen... Ein bisschen Kommunikation, wie man jetzt angreift. Alles klar, Team töten. Team töten. Alles klar, mir oben. Oh, 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 ich geh weg. Team töten, alles klar, mir oben. Okay, rückzug. Rückzug. Wacht' sagen, das war... Ja, der will unbedingt. Was zum Teufel? Leute, warum... Geht weg, geht weg, geht weg. Ich hab nur versucht, Simon zu retten. Simon, jetzt bitte, bitte, bitte nicht... Oh Gott, nein. Nein, mein Schild kam zu spät. Ich hab euch vorhin die Laternen hier geschmissen. Ja, wissen wir, haben wir doch gesehen. Ist doch nicht deine Schuld. Alter, warte. Das ist nur noch gegen Tristana. Ja, aber die kann sie nicht machen. Obiana nicht gegen Tristana. Hau ab! Außer du hast die Ulti. Wieso nicht? Wieso wollte ich die nicht machen können? Weil die Tristan hat... Nein, sie ist nicht gefeedet. Ich hab sie ja sowas von angefressen. Du hast gerade gesehen, ich hab eine Dreifachtötung gemacht. Ja, oder bist du wieder gestorben? Ja, durch Tristanat Ulti. Die hatte alles ab. Die hatte ja nichts mehr. Retreat, Retreat! Gut. Schatz, dann ist das jetzt ja nügig. Eins, drei, vier und eins, zwei, drei. Hier oben kann einer Druck machen. Wunderschön. Ich komme in die Mitte. Soviel fahr'n. Ich mach mal langsam nach oben. Ich bin schon offenbar nach oben. Soviel fahr'n. Soviel fahr'n. Soviel fahr'n. Wenn du möchtest. Kannst du es machen oder nicht? Ja. Soviel fahr'n. Ich mach'n, weil keiner hier war. Oben Tower machen? Ja, ich sagst du doch, dass ich komme. Oh Gott, hier, oh ich sieh's. Kannst du nicht mehr von mir? Ja, aber ich darf die Farm trotzdem nehmen, wenn sie nicht gerade da ist. Kannst du irgendwas zusammen oder so? Oder machen? Danke. Ich drück' den Tower weg. Ja, nice. Wir haben drei in der Mitte gerade hier. Bis ablenken. Fertig. Ja. Sehr schön. Cool. Auch zum nächsten Tower, wenn sie jetzt gerade hier sind. Also ich mach' denen auf jeden Fall gut Schaden. Also selbst dem, dem, also eigentlich allen. Ähm, Bot ist missing gerade. Also gerade war noch Karma und Triss unten. Ja. Also pass' auf, dass die da unten jetzt bei euch von der Seite irgendwie kommen kommen. Hm. Hm. Ne, die sind nach oben gegangen, weil der Top-Lane Tower fratz ist. Ja, den zweiten hab' ich auch noch reingedrückt. Ich komm' zu den Farm holen. Ich komm' in deiner Richtung. Okay. Ich komm' in deiner Richtung. Ich komm' in deiner Richtung. Okay. Lohl. Hätt' die mich nicht auf Distanz gehalten, ne? Wär' sie kaputt. Don't flash' raus von Karma. Ich sag' ich mir, das ist... Oh Gott, stell' dir jetzt. Oh Gott, stell' dir jetzt. Oh Gott, stell' dir jetzt. Wie so'n Flitzer rinnt ja noch weg. Ja, das ist Karma. Die hat dafür nur eine... ...fähigkeit. Oh, Simon. Oh, sidestep, sidestep, sidestep. Oh, schönes Ding. Und jetzt gleich kommt der Schluck, jetzt gleich kommt der Schluck. Also auch wieder sidestep ready sein. Ich kann nicht mehr machen. Oh Gott. Oh Gott. Alles so lowlife. Was, echt? Ja. Zumindest Karma ist mit 20 Leben da oben im Busch. Und dann Momo ist halt gleich hier vorne. Komm. Die könnte haben geschwimmen. Ja, ist egal. Komm, wir drücken jetzt gerade hier alles schön rein. Ich hab' sagen. Alles entspannt. Geht's nicht dann da zu overx. Geh' schocken. Ich geh' nach hinten. Wir kommen grad' wieder schön rein ins Spiel, nachdem wir unsere Missplays so'n bisschen... Oh, ich bin gern. Oh Gott. Gefesselt. Oh, da kam der Flash. Oh Gott. Ja, ist doch okay. Geh' doch nach hinten. Hä? Die Rolle war episch. Ich wär' trotzdem gestunnt. Hättest du mir nicht helfen können gegen das Stunnen? Ja, das würde es gehen können. Wenn ich gestunnt bin? Das würde ich sehen. Wenn das geht, zeig' mir das. Vergiss's. Okay. Sie ist doch weggekommen. Ist doch alles entspannt. Erik, vorhin kannst du gerade? Nee, okay. Ich weiß. Ich bin unterwegs. Neben uns. Ich komm' unten in die Mitte. Was ist denn hinter dir? Oh. Die hatte ich nicht gesehen, sorry. Okay. Zurückziehen, Niki, oder? Ja. Ja. Sucht euch safe ground. Oh, danke. Die hat mich weggestupft. Super. Ne? Wobei die Karma geht dann jetzt auch schon auf der Match. Ja, geht sie. Kein Wunder, dass du mir so viel gedrückt hast. Weil das war nicht Triss, das war Karma. Ah. Sind die auf mich noch rum? Nee, ich war mir einfach... äh... Mindestens eine Mitte. Oder zwei. Minute bis Drake. Aber die sind jetzt alle weg. Alle müssen bestimmt, ja. Bot-Lanist-Triss. Machen die vielleicht Ferren? Denk ich nicht. Ich geh mal gucken, aber... Die sind zumindest alle nach oben weg, aber... Ich weiß nicht, aber könnte es. Nee, Lux. Nee, Lux. Nee, machen sie nicht. Sollen wir Berren noch machen? Können wir uns schaffen. Oh, da sind sie. In dem anderen Busch. Oh Gott. Oh Gott. Nicht werden lassen. Komm, 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 komm. Klick auf die Seite. Klick auf die Seite. Geht halt weg. Ihr seid jetzt ja alle frazzen. Nee, 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 nee. Ich hab jetzt einfach... Ja, egal. Geht, 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 geht. Es ist, wenn ich mich... Okay. Ich bin gerade eh noch keine richtige Gefahr, deswegen. Nein. Wir hoffen einfach alle in Busch Berlin. Besser ist das. Ich geh mal kurz der Bot land. Da ist gerade mal eine große Welle. Geh mal einen abfahren. Die sind wahrscheinlich... Die folgen dir, die folgen dir. Wem? Drake, 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 Drake. Drake ist da. Ich hab CP ab. Ja, wir dürfen ja eigentlich jetzt 3, 2, 1 liegen, wenn sie da sind. Ja. Weil alle da waren. Ja. Ist verloren. Ja. Also... Ja, zu weit rangegangen. Nee, sie wollte halt noch warten, beziehungsweise gucken, wo sie sind. Ja, aber du hast es ja sogar mit Countdown gemacht und das war sogar genau richtig. Ich halte mal oben auf. Aber theoretisch... Ich weiß jetzt gar nicht mehr der wievielte das bei denen war. Vielleicht könnte ich jetzt mal... Das ist der Erste. Der Erste, den wir gekriegt haben? Das ist der Erste, den wir gekriegt haben. Bei uns überlegen. So, ich... Das ist das. Das ist das. Das ist das. So, ich habe gerade gesagt, das geben. Das sind jetzt die Drehungen. Das ist das Schäte. Das sind die Drehungen. Das ist das. Und dann hast du das. Die Frage ist, wo beten sie jetzt diesmal? Da. Ich will dann nicht schon wieder reingebetet werden. Simon, du gehst, genau. Du gehst auch schon schön auf Tank. Wo? Oh Gott. Kann ich auch auf euch hüpfen? Ja, super. Das wusste ich noch nicht. Doch, du kannst auf alles hüpfen. Bloß nur auf Gegnern machst du Schaden. Kannst du eine Kugel reinschmeißen oder auf mich eine Kugel setzen, dann kann ich da reinhüpfen. Doch, mit einer anderen weg. Und jetzt entsprechend deine Ulti oder so? Hab ich. Aber irgendwie ist das nicht raus. So, jetzt könnten wir Barron beispielsweise machen. Nein, die Ulti ist nicht rausgegangen. Ich glaube deine Taste P ist nicht in Ordnung. Alles klar. Weil ich hatte das nämlich jetzt schon öfters, dass die Ulti nicht rausging. Es ist nicht nur bei dem Champ, sondern allgemein. Er scheint, dass da alle Tasten so ziemlich... So wird das noch sehen. Ich hoffe nicht. So, ich würde mir immer gerne eben oben einmal holen. Schatz, willst du Wegner schon Blu haben, wenn du da ist? Ist ja leider nicht. Alter, ich will nicht, dass die den Turm herklingen. Ich bin jetzt noch ein bisschen mehr Vision hier. Ja. Ihr könntet... Achso, nein, scheiße. Wir sind wieder zurückgeportet. Ich hätte mir denn in die Mitte gehen sollen. Wenn wir da jetzt eine Mid Tower holen können. Ich bin nur zurückgeportet. Ja, und ich bin aber nach oben gegangen. Dafür haben wir halt den Tower dann oben noch nicht. Oh. Relativ einfach. Schlechtes Gameplay jetzt gerade. Aber was heißt ein schlechtes Gameplay? Es ist halt einfach, äh... Also wenn irgendwann jemand was gesagt hätte, wir haben es nicht gehört. Ne, es steht im Chat. Frage, wie ich mit dem Devourer Jax entsprechend 3.8 stehen kann. Jetzt 6. Oh, okay, dann hat sich mein Chat wohl aufhören. Jetzt 6.8, wie man sieht, also... Ich amortisiere mich wieder zurück ins Spiel. Ich bin halt nur manchmal so ein bisschen so ein Late-Game... Late-Game-Spieler. Bah, ey, wie bekloppt ist es? Oh, ich komme dann Richtung Rand. Unterwegs. Ja, warte, ich bin gleich weg. Klopp. Unsichtbar. Ein paar Mal eben laschen von hinten. Pass auf, Darius kommt auch von da oben, pass auf. Ja, ja, da kann man eben machen. Ich bin nach der Deckland, der Kollege. Guck mal da. Guck mal da. Und da ist... Gitter-Ultie einfach mal weggeessen. Und das möchte, was okay, das möchte ich mir deniseln. Und das möchte ich mir deniseln. Okay. Nimm. Nimm. Guck mal da. веч�. lol übermutig ich hab ne 4-fach Tötung was? ich hab das nicht nur mitbekommen ja, bis ich schießt da 10-8 mach der Mütter nicht noch? ne, schon fertig, alles klar, dann Tower ne, bin ernsthaft, ich hab das jetzt nicht mitbekommen ja, okay, los, lass mal die Füße haben schon noch gemacht im Ende oh, ich denk den Tower oh, unglaublich ach, schade, sorry ich dachte, ich könnte den Gegenden in den Gegenden in hier hauen her ja, ne, äh läuft nice ich hab mich selbst befasst 4-fach Tötung ich sehe einfach nur, ich hau die Tower voll betriebsblind wahrscheinlich einfach, weil ich die Kasse hat, den Stunnen hm, könnte sein, ja da sind ja auch so rein gelaufen vielen Glückwunsch zur Stufe 5 das hat sich von daher macht jeder hochgeballert innerhalb von wieviel, 10 Minuten oder 5 Minuten? innerhalb von 5 Minuten innerhalb von 5 Minuten ein bisschen hochgeschraubt mit Jackson war halt anlackig am Anfang, ne war halt anlackig am Anfang, ne bei den Dresden 5 5 6 6